Und sowas kann man auf jeden Fall öfters machen. Wird ein toller Abend. Bombenlocation. Dieses Wochenende war einfach super. Dass ich hoffentlich nichts vermeier. Das beste, überhaupt das beste Konzert, das wir jemals gemacht haben. Das Besondere an dem Projekt ist, dass man von Flugzeugen gestört wird. Ich muss gestehen, ich habe nicht viel von der Musik mitgekriegt. Bin ich ja alles gerne, was sich gut anhört. Also das war auf jeden Fall der Bestauftritt, den wir bis jetzt hatten. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir die Show heute rocken werden. Als ich die Bühne gestern gesehen habe, war ich schon platt. Also es hat mich wirklich total umgeworfen. Danke an die Macher von diesem Projekt, Robert Schiefer und die Städter Bürgerschaft. Ich habe eine Festivalatmosphäre erlebt, die ich also seit langem nicht mehr gespürt habe. Ja, also, was besser ist, hätte uns wirklich nicht passiert. Dann rocken wir die Hütte einfach nochmal. Ich möchte mich einfach bei wirklich allen Beteiligten, die ich da echt gar nicht aufzählen kann, wirklich bedanken. Das war geil. Das war geil. Jetzt weiß ich, warum ich das mache. Immer wieder.